Mein Name ist Thomas Trappl, ich komme aus Sarasdorf, das ist im Bezirk Bruck an der Leitau. Der Rübenbau war in den letzten Generationen bei uns in der Familie schon ein wichtiges Standbein und wird da auch weiterhin ein wichtiges Standbein sein. Gute Sorten und ein immer besserer Züchtungsfortschritt sind der Grundstein für einen guten Zuckerrübenanbau. Auch gut wählbare Herbizidstrategien sind ein großer Fortschritt bei uns am Betrieb. Ich bin stolz, im Brucker Bezirk mit dem Rübenanbau den österreichischen Zucker zu sichern.